Bitcoin in Richtung 77.000 US-Dollar und Ethereum Long. Was aktuell am Krypto-Chart hier ganz klar unsere primäre Erwartung ist und welche Levels jetzt diesbezüglich für Bitcoin als auch für Ethereum interessant werden, schauen wir uns hier gemeinsam im Detail in diesem Video an. Und damit würde ich sagen, Servus und Herzlich Willkommen zum heutigen Krypto-Update von Trading on Air. Bevor wir anfangen, wie immer noch eines vorweg, ihr könnt dem Video gerne mal einen Daumen nach oben da lassen. Falls noch nicht geschehen, auch gerne den Kanal kostenlos abonnieren und wenn ihr möchtet auch die Glocke aktivieren. Über einen Kommi, um den YouTube-Algo zu supporten, würden wir uns natürlich auch wie immer mega freuen. Starten wir direkt rein. Bitcoin notiert hier aktuell bei den 68.300 US-Dollar, ist damit gesehen auf die letzten 24 Stunden mit 2,8% im Plus. Ethereum notieren wir hier aktuell bei den 3.600 US-Dollar, dementsprechend mit 1,5% gesehen auf die letzten 24 Stunden. Im Plus. Wir gehen direkt rüber in den Bitcoin-Chart, beginnen hier wie gewohnt auf dem Daily-Time-Firm. Ganz kurz, um es kurz zusammenzufassen, übergeordnet gehen wir davon aus, Boden einmal hier mit diesem Low unterlegt, eine grüne 1 impulsiv, Untercount in gelb, dann eine grüne 2 hier im Flat, Untercount in orange und kommen dementsprechend seit diesem Low hoch in der grünen Welle 3 und da ist der Untercount ganz schlicht einfach nochmal in blau gehalten. Sonst, trennenbasiertes Firmatory Tracement, einmal hier über unser 1,2 angelegt, ist unsere nächste Haltestelle, unser 1,618 und da sind auch schon bereits die angesprochenen 77.000 US-Dollar als Mindestziel für diese grüne 3 eben hinterlegt. Von dort aus würden wir dann eben nochmal eine grüne 4 und eine grüne 5 erwarten, um dann unseren ganz großen Impuls auch bereits abzuschließen. Untergeordnet würden wir das Ganze, wie gesagt, nochmal in blauen Count-Zellen, heißt eine 1,2,3 hier nach oben. Die 3 ist sehr wahrscheinlich gefunden, kommen wir gleich nochmal zu, oder ist im Primären Szenario gefunden, um dann eben nochmal eine 4 und eine 5 dann jetzt eben im Anschluss nochmal in Richtung 77.000 US-Dollar als absolutes Mindestziel, hier für diese grüne 3 eben hochzukommen. Bevor wir jetzt hier in die genauere Analyse unserer grünen 3 einsteigen, wie immer noch ganz kurz der Hinweis, sollten wir irgendwo in Trades einsteigen oder eben auch Spot-Motfolio-Käufe tätigen, halten wir euch da immer in unserer kostenlosen Telegram-Signalgruppe up-to-date. Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. So sehen die Signale aus, das ist jetzt das Ethereum-Long-Signal, auf das ich gleich auch nochmal natürlich bei Ethereum eingehen werde. So sehen die Signale eben aus. Wie immer muss natürlich dazu gesagt sein, das Ganze ist keine finanzielle Anlageberatung, so traden wir. Können die Trades nahe machen, müsst das natürlich nicht. Budget gibt es auch einen Link unten in der Videobeschreibung, da traden wir. Wenn ihr euch über den Link registriert, spart ihr euch im Endeffekt einfach einen Großteil an Gebühren, unterstützt natürlich den Kanal und habt, wenn ihr diese Signale nachtraden möchtet, überhaupt keine Kursabweichungen mehr. Talk & News Gruppe ebenso in der Videobeschreibung verlinkt, wenn ihr euch für den Austausch in der Community interessiert oder einfach kleinere Trade-Ideen und Updates von unserer Seite aus Intraday, heißt zwischen den Videos nicht verpassen möchtet. Gut, gehen wir wieder rüber auf den Bitcoin-Chart und jetzt geht es runter ins Geschehen auf den 4-Stunden-Time. Wir gehen davon aus, wie gesagt, blaue 3 hinterlegt und dementsprechend sind wir jetzt hier in unserer aktuellen blauen Wellen 4-Korrektur und da haben wir jetzt einfach mal unser reguläres Fibonacci angelegt von der 2 bis zur 3. Dementsprechend beginnen hier die Targets bei unserem 0-2-3-6er für diese blaue 4, heißt bei den 63.300 US-Tollar und gehen runter mit Fokus vor allem aus 0-8-2er bei den 57.600 US-Tollar und gehen maximal in unserer Meinung nach runter hier bis zu den 53.300 US-Tollar. Heißt, hier diese drei Bereiche auf jeden Fall im Blick behalten, kommt jetzt ganz auf die interne Struktur an, von welchem Level wir dann jetzt eben primär in den nächsten Tagen und Wochen hier dann bei Bitcoin eben ausgehen werden. Wir gehen direkt runter auf den Stunden-Timefilm für die Person, die es interessiert, unsere blaue 3. Aber jetzt mal ein bisschen anders gecounted, 1-2-3-4 ist gleich geblieben, gehen jetzt aber davon aus, dass die grüne 5 sich nochmal hier im Ending zusammensetzt, dementsprechend dann weiß 1-2-3-4-5 bis zu unserem Top blaue 3 hinterlegt, seitdem hier bereits in unserer blauen Welle 4. Diese blaue Welle 4 teilen wir aktuell nochmal wie folgt, eine A hier runter. Heißt, das Ganze zählen wir hier impulsiv im Leading, eine B nach oben und jetzt aktuell nochmal eine C bis zu unserem letzten Low. Dementsprechend gehen wir davon aus, dass hier die erste Korrektursequenz bereits abgeschlossen ist, zählt das Ganze hier nochmal übergeordnet als W, kommen dementsprechend aktuell hoch in unserer X, um im Anschluss nochmal in der Y in Richtung Lower Low zu verfallen. Dann wird es natürlich interessant, wie tief kommt diese Y, können wir dann auch hier wieder von der internen Struktur abhängig machen. Was hier einfach nur ganz wichtig ist, wir hatten in der blauen 2, zeitlich gesehen, 50 Tage waren wir eben drin. Heißt, dass wir hier bereits nach diesem W, X, Y unseren Boden finden, ist zwar möglich, aber grundsätzlich einfach sehr unwahrscheinlich. Weshalb wir dann davon ausgehen oder weshalb die Option einfach unserer Meinung nach besteht, dass wir dann hier, nachdem wir unser W, X, Y gesehen haben, nochmal im Anschluss einer Verlängerung durch ein X, Z beispielsweise reinbekommen, dass es einfach aus den zeitlichen Gegebenheiten hier nochmal besser passt. Nach oben raus jetzt der Relevante, die 69.000, die haben wir bereits angetestet, das ist unser 0,5er Fibonacci und dann jetzt eben in erster Linie unser Golden Pocket, das ist wie immer der Bereich mit der höchsten Wahrscheinlichkeit, kommt hier rein bei den 70.100 US-Zoller und ja, wie gesagt, der Bereich mit der höchsten Wahrscheinlichkeit geht auch theoretisch noch hoch bis zu 0,786er bei den 71.700, von dort aber dann eigentlich spätestens die Trendumkehr hier in Richtung Lolo mit unserer Y und dann wird es einfach interessant, kriegen wir nochmal eine XZ, wir warten hier bei allen Fällen auf einen Impuls als Bestätigung nach oben, dass wir dann hier bei Bitcoin zumindest in Longtrades einsteigen werden. Genau so viel eigentlich fast schon zu Bitcoin, wir gehen nochmal ganz kurz ein Stück raus, denn beim Kryptomarkt wiederholt sich sehr oft oder hat die Vergangenheit sich sehr oft bereits wiederholt, das gucken wir uns jetzt ganz kurz nämlich mal an, hier ist es relativ interessant, wenn wir jetzt gerade mal hier unser Balkenmuster nehmen, einmal von der 1 bis zur 2 das Ganze schnappen und dann haben wir eben diesen Chart jetzt mal kopiert, legen den jetzt hier an unser Low an, machen den uns hier ein bisschen größer, dann sehen wir hier schon die Ähnlichkeiten am Chart und es würde auch ganz gut passen, denn was erwarten wir hier im Endeffekt, wie wir es euch aktuell gezeigt haben oder gerade gezeigt haben, erwarten wir jetzt hier erstmal unsere blauen Wellen 4 Korrektur, um dann im Anschluss noch ein letztes Mal in Richtung High High zu kommen, heißt hier genau bis zu den 77.000 US-Zollern würden dann im Anschluss nochmal in unsere grüne Wellen 4 Korrektur verfallen, heißt das passt schon sehr gut, können wir uns definitiv vorstellen, dass wenn das so kommen würde, dass das Ganze dann hier eben im Endeffekt sich die Vergangenheit nochmal genauso wiederholen kann, auf jeden Fall erwarten wir jetzt hier eine 4, eine 5, um in Richtung 77.000 US-Zollern zu kommen, um dann im Anschluss nochmal eine 4 und eine 5 zu erwarten, um dann eben im Endeffekt schon ein letztes Mal hier nochmal in Richtung Higher High mit unserer grünen 5 dann eben zu pushen. Wir gehen nochmal auf den Stundenteil und fassen das Ganze jetzt zusammen. Blaue 3, wie gesagt, hinterlegt, gehen davon aus, blaue 4 jetzt aktuell in vollem Gange, einmal eine W nach unten, jetzt aktuell die X nach oben, um dann nochmal in der Y runter zu kommen, dann wird es interessant, kriegen wir einen Impuls nach oben oder nicht, wenn nicht, dann eine X, Z sehr wahrscheinlich, einfach aus proportionalen Gegebenheiten, definitiv vorstellbar, man muss jetzt einfach hier die nächsten Wochen das Ganze beobachten. W, X, Y können wir uns sehr gut vorstellen, was auch sein kann, ist ein Triangle, das wird es eben hier in A, B, C, D, E reinbekommen, aber das wird sich jetzt auch in den nächsten Tagen zeigen, wie genau sich jetzt hier unsere Wellen-4-Korrektur bei Bitcoin hier zusammensetzt. Weiter geht es direkt mit Ethereum, auch hier kurz mal auf den Daily-Time-Film, natürlich auch hier Boden hinterlegt, und zwar seit dem Boden zählen wir das Ganze in Orange, eine Orangen-1 nach oben, und da kommt in Gelb eine Orangen-2 nach unten, seit diesem Low in unsere Orangen-3, hier beginnen die Mindest-Targets bei den 4.682 US-Dollar. Unsere Orangen-3 unterteilen wir nochmal in den blauen Count, auch hier 1, 2, 3 gefunden, gehen davon aus, dass wir jetzt in die Wellen-4-Korrektur aktuell verfallen, um dann im Anschluss nochmal ein letztes Mal in Richtung High-High mit der blauen 5 zu pumpen, dann die 4.682 US-Dollar im Blick behalten. Wir gehen direkt runter auf den Stunden-Time, schauen uns direkt an, hier wie unsere blaue 4 aktuell nochmal unterteilt wird, wie gesagt, die 3 hier mit unserem Top hinterlegt, und zählen bei Ethereum eine A hier im Impuls nach unten. Heißt, dass wir jetzt hier eine abgeschlossene A haben, würden jetzt hier hochkommen in der Welle B, dementsprechend 3.740 US-Dollar im Blick behalten, Golden Pocket wie immer der Bereich mit der höchsten Wahrscheinlichkeit bei den 3.840 US-Dollar, um von dort aus dann eben nochmal eine C hier in Richtung Lower Low reinzubekommen. Und ihr seht jetzt auch hier schon aktuell unseren Trade, da wir hier bereits in unserem Trendwendebereich stehen, sage ich jetzt mal, haben wir den aufs 0.382er gelegt bei den 3.200 US-Dollar mit SL unter 0.5er, sogar ein gutes Stück unter 0.5er, falls wir das Ganze auswirken, heißt hier mal ein gutes Stück unterhalb der 2.972 US-Dollar. Und wenn wir jetzt hier gerade mal unser Trend-basiertes 3.800 Retracement anlegen, über unsere A eben bis hoch zu unserer B, und wenn wir jetzt sagen, okay, wir kommen jetzt nur hoch bis zu unserem 0.5er, dann ist unser 1er bis 1.2er, 6er definitiv hier noch in der Box. Und egal, wie wir das Ganze hier anlegen, selbst wenn wir sagen, okay, unser 0.887er wird es im Endeffekt, auch dann ist unser SL hier, oder unsere Box, in allen Fällen, wir schützen uns eben vor diesem A, B, sage ich jetzt mal, vor diesem A, B-Sequenz, dass wir jetzt hier auf gar keinen Fall noch ein gutes Stückchen unter das 0.5er brechen sollten. Von daher sehen wir uns hier bei dem Trade insofern sicher, dass wir sagen können, wir nehmen das Ganze hier mit im SL unter 0.5er und haben wir uns auf jeden Fall von dieser A, B, C-Sequenz im Endeffekt da nochmal abgesichert. Was auch sein kann, was aber eigentlich fast nicht der Erwähnung wert ist, dass das Ganze hier bereits dann ist im WXYXZ, ist grundsätzlich möglich, wenn wir jetzt hier geisteskrank durchpammen, aber auch hier blaue 2 hat glaube ich 40 Tage gedauert, dass das hier die blaue 4 ist, ist eigentlich sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich. Was einfach jetzt in unserer Sicht die primäre Erwartung ist, ist ein A nach unten, eine B jetzt zeitnah nach oben, in Richtung der gerade angesprochenen Targets, um dann nochmal einen Impuls in Richtung Lower Low zu bekommen und dann wartet hier unser Trade bei den 3200 US-Dollar auf uns. Solltet ihr solche Trades nicht verpassen und auch natürlich Anpassungen in Zukunft bei solchen Trades, dann wie gesagt gerne auch nochmal der Hinweis an die kostenlose Telegram-Signalgruppe. Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Von diesem Trade möchte ich natürlich nochmal profitieren, um hier die blaue 5 im Endeffekt im Anschluss mitnehmen zu können. Das soll es dann der Stelle auch schon gewesen sein. Wir freuen uns schon mal über jegliche Art von Support. Gerne mal ein Like unten kommen wie da lassen und sonst würde ich sagen, Trades raus. Wir sehen uns entweder später in der Talk-Gruppe oder sonst morgen regulär zum Update wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.